Das ist ja wieder eine total saubere Rest-Area, so wie wir es mögen. Hat ja schon fast was von einer Hotel-Lobby. So, Blick hinten raus, wie man sieht, weit und breit, unendliches, unendliche Weite. Schon etwas zu sehen. Von dortvon sind wir gekommen. Tja, dann irgendwo darf man sehen. Hier hätten wir wieder das Unterhaltungsprogramm für die Kinder. Ja, und ganz viele Behindertenparkplätze haben sie. Aber wie man so schön sagt, nicht aus der Größe. So, und weiter geht's. Wo gehen wir trotzdem hoch? De, Jürgen, Bruno Gröning. Untertitelung des ZDF, 2020